Das Kind sieht aber ganz cool aus eigentlich. Kann man so nachspielen, ist übel krass. Herra ist eigentlich strong, wenn die gut gespielt ist in der Mitte, haben wir echt eine Stronger Mitte. War man in der Jungle, ist auch nice. Können die nichts machen, sind vielleicht still, ne? Okay, das war nice. War Pog noch da, aber dafür haben wir einfach Lila bekommen. Chains hat er raus, Mana auch fast weg. Jedes Mal schön Pog auf Ulla. Schöne voll. Oh. Diab. Soh,'sh. Wir haben einen richtig guten Poke Wir haben jetzt auch gut kassiert, aber Wir haben aber noch die Hülle Die haben wir mehr draußen Chains raus Alles gut Hera Ah ne, Hera ist drauf Holy cow, Alter Was hat die denn jetzt schon wieder gemacht 4-0 Nice, Alter Oh, was hat die denn jetzt schon wieder gemacht? Komm, komm. Also da lobt mich, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Doppelsprint ist, glaube ich, mit Cupid. Ja, auch zum Abhauen vor Freya, wenn Freya am Start ist. Das Doppelsprint, nice auf jeden Fall. Pelona ist 2 Level unter Chuchulane, was beschwert denn sich der die ganze Zeit? 1, 3, Circuit ist halt heftig, die würde uns richtig zu schaffen machen. Ja, jetzt sind auch Down gekriegt, Circuit war ein fairer Trade. Ja, es war ein fairer Tausch auf jeden Fall. Circuit gehe ich gerne baden, wenn Circuit dafür down geht. Okay, linke Tower ist down, Mitte Tower ist down, rechts müssen wir jetzt mal ein bisschen gucken. Stimmt, ganz dünn, Scherrer. Ripper-roni. Na, wenn wir dafür ein Teamfighters gewinnen. Jagd den Ulla. Dann war es auf jeden Fall. Oh, shit. War fair auf jeden Fall. Circuit kann auch reinscheißen. Nice. Gutes Spiel. Spanns euch noch ein bisschen. Genau, patsch.